Hallo! 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 FRADURA! New game! Bonis, Vest, Rabbids, Pizza Contato Por favor Night...oh! Select Night Fangen wir mit Night 1 an Demo Version Demo Version Demo Version No sound No in-game sound What is this? Oh, is this wrong? What? 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 What is this for a Hunk? Have I ever had another function? Störung or Shift or whatever? What? 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 Wie gesagt, it's a Demo Steht hier oben, ne? Demo Version Naja Wir wollen ja nicht zu früh urteilen, ne? Aber es ist halt mal wieder Nichts eigenes in dem Sinne Alles wieder nur von anderen Spielen Alles wieder nur von anderen Spielen What? Is this foxy? Naja Muss denn das immer sein? Muss das sein? Mach doch eigene Locations Mach doch eigene Kameras Mach doch eigene Kameras Mach doch Strecken sich doch mal ein bisschen an Äh Weißt du? Und grün Freddy hinzumachen Ist jetzt auch nicht gerade hier Die Welt Und dann natürlich hier kein Es ist Unmöglich hier auf die Nase zu kommen Gut Passieren tut ja nix, ne? Okay, wir haben mal den goldenen Hohentor gesehen Aber sonst Power, für was Power? Ah, Door Denk ich mal an Aber es tut sich ja nix, ne? Hohle, ich bin doch am Arsch Verstehst du? A little bit action Oh, da kommt einer I see him Or not Ready or not Left side Really? Sagt bloß, da kommt mal einer Ich werde verrückt Er steht doch noch oben What? You Really? Er kommt Vielleicht Vielleicht kommt er ja auch nicht Man weiß es ja nicht Ready or not Und dass man halt Dass man hier unten Draufklicken muss Das finde ich auch kacke Normalerweise Müsst man hier Zack Und dann geht es in die Kamera Und nein Man muss immer draufklicken Scheiße Da könnt ihr mal testen Ob die Türen gehen Ah ja Die Türen gehen The doors are working Foxy ist da oben Weiß ich trauen Foxy nicht Jo Haben wenigstens Ein bisschen Geräusche Wenn ich in die Kameras gucke Ansonsten wird es ja schon mal Ein bisschen ruhiger, ne? Hallo Are you coming? Haben wir denn hier kein Licht? Kein Licht? Nee No light No light Da kann ich die Hand Mit der Hosentasche machen Oh Kann man tun Oh yeah Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Bin ich gerade froh Dass es so Entwickler wie Gamers Games 69 Der ich hier schön grüße Der eigene Spiele macht Alles eigen Eigen erarbeitet Eigen Eigene Animatronics Eigene Models Eigene Sound Bla 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 Verstehste Alles Handarbeit Es dauert dann halt Eine gewisse Zeit Bis ein Spiel rauskommt Aber man kann sagen Ist meins What? Verstehste? Ist er noch da? Seht er immer noch da Da Hang What? Ich habe keine Lust Ich habe mich jetzt hier In der Demo-Version Yo 6am Nice Was steht da? Ich habe es nicht lesen können Ist es immer noch Die erste Nacht Oder die zweite? Ich weiß es nicht Wo sind wir denn es eigentlich? Ich habe kein Blasenschimmer Ich spiele es halt mal noch Ein Stückchen Ob es jetzt immer noch Die erste Nacht ist? Habt ihr was gesehen? Ich konnte es nicht lesen Ich habe irgendwas mit 3 gesehen Oder nicht? Wo ist es? Die Maus ist viel zu empfiehlt Guck doch mal da Ich kann ja nicht stehen bleiben Und ich habe jetzt mir extra Eine neue Maus gekauft Verstehste? Und die Maus ist mit Sicherheit Nicht schlecht Also an der Maus Kann es nicht liegen Interessiert es eigentlich Jemand Was für eine Maus ich habe? Ich sehe es nicht hier Eine Hightech-Maus Oder so Ich kenne mich da eh nicht aus Aber es hätte ein paar Euro gekostet Mehr wie meine alte Für 19 Euro Mehr Bisschen mehr Ich kenne mich da Es ist alles immer dieselben als Incidente der AD-7 Was? Kann ich da laufen? Oh, ich kann laufen! Oh, ein Midi-Game! Was? Nice! Was? Da komme ich nicht durch! Was? Das ist cool! Psst! What? Die Vida ist Alice? Ach, da ist... What? What? Das Spiel ist nicht klar, aber Hauptsache Minigame, ne? Was müssen wir jetzt immer tun? Die Vida aus Animatoronics? What? Dad? Wie geht mal auf Dad noch? What? Jetzt bin ich hier! Wolltare! Na ja, ich denke, es ist missbar genügend für den ersten Eindruck, das war für die Demo von Survive with Freddy's, die Demo-Version. Ich bin halt mich für ein Recht an zu bei euch vorzusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten könnt auf meinem Rostikanal anlassen, wenn auch keiner ein längerer Freund sich trotz drüber als solchen Genießersleben. Enjoy your life, habt Spaß miteinander verhause, und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur noch aufs Köpchen drücken. So, press den Headbutton vor, subscribe my channel. Dann I'm happy. Liebensende, ich sage tschö mit Ö und Finger diker ruts, euer rostiger Redner. Hüüüü. Thank you and goodbye. Ciao. Quiet, please. Wolltare. 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 Wolltare.